Auf dem Hof Katthult in Lönneberger, da wohnten Michel und seine kleine Schwester Ida. Hast du schon mal was von ihnen gehört? Wenn ja, dann weißt du, dass Michel fast jeden Tag etwas anstellte und dafür in den Tisslerschuppen gesperrt wurde. Schnell in den Tisslerschuppen, bevor Papa den großen Zeh aus der Falle kriegt. Es gibt Essen. Toll, ich hab auch riesigen Hunger. Au, au, au. Ich hab nicht. Du bist doch. Michel und Ida aus Lönneberger Jetzt als DVD, Hörspiel und Video on Demand